Moin moin Leute, mein Name ist Ree Felser und im heutigen Video dreht sich wieder um Roll to Blue in Dragon Ball Fighters. Ich bin immer noch dabei, wieder den Super Saiyan 3 Rang zu bekommen und wir gehen wieder mit meinem Team. Black ist im Team geblieben. Wir gehen in den Ranked rein und schauen mal, was für Kämpfe uns erwarten. Und wir haben super schnell einen Kampf gefunden gegen One Punch. 994 Spiele, 579 Siege. Ich kann jetzt meinen Raumaufstieg bekommen, aber er hat Bardock, Vegeta und Cell als Team. Wird schwer. Ja, ich weiß zwar noch nicht, wie er kämpft, aber er hat einige Kämpfe. Er hat eine ziemlich gute Siegesrate und Cell und Bardock und Vegeta als Team sind halt metaaktuell. Das ist echt, die drei in einem Team, wenn man die zu spielen weiß, ist es sehr schwer, gegen sie anzukommen. Ich bin mal gespannt. Ich bin einigermaßen warm gespielt. Ich habe ein bisschen vorab gespielt. Hoffe mal, dass meine Eingaben gut sind, dass ich nicht zu gestresst werde. Gerade Cell kann einen unglaublichen Druck aufbauen, nur noch Bardock. Das heißt, blocken mit meinem Full Black Team. Wir haben hier Vegito Black, Rose oder Goku Black und Piccolo Black. Und da haben wir ihn. Höchst unsafe, mein Freund. Oh, das könnte funktionieren. Und, oh, ich hätte Goku Black gar nicht mehr rausholen müssen, aber nur um sicher zu gehen. Ich bin mir bei den Damage meistens nicht sicher. Das lief nicht schlecht. Wow, er war hinter mir. Schlechter Meterverbrauch, aber okay. Okay, nice, nice, nice. Wobei ich habe gemerkt, ein Movement ist gut. Ich habe jetzt nur sehr viel Glück gehabt. Wenn ich das mal wieder hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich das mal wieder hinkriege. Oh Gott, das war zu vorhersehbar. Und das war auch richtig schlecht von mir. Ah. Dieses typische in der Ecke runterdaschen, das ist echt keine schlechte Möglichkeit. Wow. Wow. Okay. Ich lasse mich jetzt viel zu sehr unter Druck bringen. Nein, Level 3, Final Flash. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber das kann ich auch. Und damit haben wir das erste Match gewonnen. Okay, okay, okay. War ein bisschen wie Glück dabei. Ich habe ja nicht gesehen, was für ein Rank er hat. Dämon ist er. Also ich habe den Super Saiyan 3 Rank wiederbekommen. Man bekommt hier relativ viele Punkte dazu. Damit man eben halt nicht sofort wieder runtergeht. Okay, das war dann. Oh Gott. Wow, okay. Seine Technik ist nicht schlecht. Falls ihr noch nicht gemerkt habt, das ist... Oh, okay. Der hat... Ah, sein Lot trifft mich auf jeden Fall. Er geht unter mir. Und das war nicht so gedacht, aber okay. 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 Oh, nice, 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 nice. Jetzt merken wir auch, warum er... Hm, 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 hm. Ja, dumm. Ich erkläre gleich, was ich ihm gerade eigentlich zu Ende sagen wollte. Und Cell hat die ganze... Das ist ein ganzes Leben resetet. Ah, nice. Damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, geht unter mir. Geht auf die andere Seite und macht einen Down Heavy. Das ist echt nicht schlecht, die Technik. Das ist unsafe. Wow. Wow, die... Die Technik ist nicht schlecht mit Wadung. Ich wusste nicht, dass er mich damit auch aus dem Dings rausholen kann. Ah, der wusste. Wow, und das war eine Blau Combo. Was? Er wusste, dass ich porten werde. Deswegen hat er die Combo nicht verlängert. Und, äh, das ist ein bisschen doof, dass es ein Blau Combo war. Ich hätte eigentlich rausgekommen. Und ich spiele nicht schlecht und ich schaffe es, Druck aufzuhauen und Schaden. Am mir merkt, all seine Charaktere, er... Und das war wieder dumm. Ich bin darauf reingefallen. Denn er macht einen Double Jump in die Höhe. Na, kann er genug aufbauen? Wow, warum... Oh, was war gerade mit meinem Block? Mehr Glück als Verstand, aber egal. Wir nehmen den. What? Wow, sehr gut von ihm gemacht. Sehr gut von ihm gemacht. Ah, ich hätte Zelda down gekriegt. Äh, down machen müssen. Ja, nice. Ah, das war ein sinnloser Kampf für mich, weil ich fange ein bisschen zu oft auf ein paar Sachen von ihm rein. Und er kommt richtig gut. Der hat seinen Team echt im Griff und ich habe jetzt 4000 Punkte verloren beim zweiten Kampf. Das ist so eine Sache. Warum verdiene ich so viele Punkte und... Naja. Oh Gott. Bring Marcel bitte wieder rein. Hm, 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 hm. Okay, er hätte da auch rausgekommt. Glück gehabt. Und das reicht. Cell wieder down. 73 Treffer-Kombo in blau. Oh Gott. Oh. Wow, was hat das für eine Reichweite bitte? Ah, das ist ja fast so schlimm wie Voku Blacks. Äh, okay, das war unsafe aus irgendeinem Grund. Äh, das reicht nicht, mein Freund. Kannst Bardock gerne wieder reinholen. Was war das von ihm? So, und down ist der Bardock. Okay, er hat noch ein Vegeta mit. Der Vegeta war auch relativ gut, aber ich glaube, Bardock hat mir bis jetzt am meisten Probleme gemacht. Im ersten Match habe ich Cell nicht schnell genug außer Gefecht setzen können. Schauen wir mal. Was war das ? Was war das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, meine SIS ist viel zu früh rausgeholt. Wir spielen hier das Neutral Game. Wer zuerst einen Fehler macht und aktuell bin ich. Was? Nice. One Punch besiegt. Huh, aber wer geht das dann nochmal so gut zurückgekommen? Das war mal ein cooles Set. Ich bin super alt und dran. Ich verliere 4000 und ich kriege 1100 nur dazu. Das heißt, eigentlich lohnt es sich für mich nicht, gegen ihn zu kämpfen, weil ich kann am Ende nur verlieren. Wow, wie habe ich den denn bitte schon getroppt? Wow, ein Meter. Ein Meter. Wow, die Sache ist, er steht auf und drückt Knöpfe und das schlägt gerade mein Heavy. Na, ich hoffe, dass das langt. Nice. Gott, wie oft will ich die Kombo noch droppen. Ich habe jetzt gerade an der Ecke richtig Glück gehabt. Aber alt, habe ich die oft gedroppt. Ah, Gott. Gott, das war zu spät gedrückt. Ah, zu spät gedrückt. Also, der Kampf ist alles andere als gewonnen. Okay, aber jetzt. Ah, vielleicht. Ich nutze immer noch ein bisschen zu viel Teleport. Zu vorhersehbar kann man gut punishen. Okay, warum? Der ist kein... Nice. Nein. Nein. nein die eingabe ist nicht richtig drin gewesen da sollte eigentlichen die man elbow werden warum haben wir nicht gewechselt ich habe die ganze zeit gedrückt gehalten um zu wechseln und das passiert mir in der zeit richtig oft dass ich eigentlich wechseln möchte was war ja genau und jetzt lade ich auch noch auf mein freund da war es einmal so knopf das war am ende was noch mal richtig glück ich werde auch zu nervös wenn ich merke dass der gegner so momentum bekommt alter war es schon der dritte ist dritte match ich glaube ja oder ja das war schon das dritte match dafür soll es mit dieser reihe gewesen sein was ja was interessant finde ich bin super legend geworden im ersten match habe ich gewonnen hatte ich 6 614 tausend punkte dann verliere ich ein match verliere fast 5000 gewinne zwei weitere matches und krieg gerade mal zweieinhalb tausend dazu deswegen ist es natürlich immer schwierig und ich verstehe die lieber also nicht dass man das machen sollte mache ich persönlich nie aber ich verstehe es warum dies machen weil es echt schwer ist gerade in den oberen bereichen an punkten zu kommen nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich dass euch dieses video gefallen hat worüber road to blue geht weiter ich bin richtig heiß darauf mich auf turniere vorzubereiten ich muss aber noch viel machen ich habe noch einen langen weg dahin wenn euch das video gefallen hat freue ich mich natürlich über einen daumen nach oben und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes video oder die dragonball fighters playlist anschauen und mich abonnieren falls ihr auf anime anime games und fighting games steht